Entschuldigung, Schäf. Entschuldigung, Schäfin. Aber hätten Sie das vielleicht noch ein paar Schilling für mich? Ein paar was? Schilling, das ist die Währung aus dem 20. Jahrhundert. Ach so, Sie wollen gehen? Ja, ich bin kein Schäf. Ich muss mir nicht mehr helfen. Noch drehen. Ein Zug vor keinem Einkauf. Aha, wohin? Wieso willst du das wissen? Ich möchte mit schnell und geschickt gescheiten Fragen überprüfen, ob Ihre Geschichte konsistent ist oder ob es sich dabei an einem fadenscheinigen Vorbau zum Erbetteln von Bargeld handelt. Ach so, ja. Klar, hast eh recht. Brief. Sehr brief. Also? Ich dürfte es mir aber nicht verraten. Aber ich muss heute noch nach Hogwarts. Echt? Ich meine, echt? Sind es echte Hogwarts? Ist sicher. Es gibt ja noch eine. Und sind Sie auch echt ein echter Zauberer? Ich wollte. Was soll ich sonst noch Hogwarts? Moment, Moment. Warum fliegen Sie denn nicht gleich mit dem Besen? Die sind mir gestohlen worden. Mit saugten Kaltbesen. Die haben überwältigt. Aus der Hinterhalt. Wer? Ja. Oder besser. Wahrscheinlich. Aber die sind ja besiegt worden. Die gibt es gar nicht mehr. Glaubst du? Ich meine, sicher. Es wäre wahrscheinlich eh besser, wenn ich es da unten nicht so wüsste. Aber wenn ich nicht rechtzeitig daheim bin. Dank. Alles noch gut. Ihr seid alle genug. Sie haben die Hermine als Geisel. Die Hermine? Und man wüsli ran. Und von daher müssen die jetzt dringend in die Winkelgassen und einen neuen Zauberstab kaufen. Bei meiner Ansicht habe ich ja eh genug gehört. Auf der Grießgartenbank liegen. Aber die haben ja die Kunden geholt. Und haben irgendetwas Besseln mitgefraut. Da kann man halt nichts machen. Wie viel kostet denn eine Fahrkarte noch? 3.000 Euro. Moment. Lassen Sie mich schon nachschauen. 3.000 Euro. Mehr als 650 kriege ich nicht zusammen. Du? Gerade einmal 1300er. Weißt du, Ende des Monats. Ende Nummer des Jahr. Frag den Abendwind, wo das Glück beginnt. Aber frage nicht, woran es manchmal zerbricht. Das frage nicht. Märchen sind so wunderschön. Weil die Kinder sie verstehen. Und der Prinz am Ende doch den bösen Drach entspricht. der stets besiegt. Wer den Regenburgen fand. Der am hohen Himmel stand. Der allein weiß, wo der schönste Schatz der Welt begraben liegt.